Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Karte von noch diesem Marsch. Zur Zeit wird Stroge eingefahren ins Lager und Ballen gepresst. Den fahren wir in der Garage. Kontrolle. Ja. Das heißt... Das heißt... Das heißt... Das heißt... Das heißt... Gute Frage, ne? Wo war ich stehen geblieben? Das heißt... Das heißt... Das heißt... Das heißt... Ja... Brauch ich noch... Leermachen eigentlich... auch weiter gut nehmen auch noch gut ist hänger hängen wir auch mal hier vorne hin und dann eingehen hh hh okay muss dringend untertenen mal ha hier da kann ich zwei fahren oder auch gut So, auf zur Wiese, wo man damit arbeiten kann. Gleich vorne gucken. B, B. bb natürlich ist das blöd die müssen die ballen aufladen es gibt Probleme weil er kann die große runde fährt sofort wieder auch leider mitnehmen ganz perfekt ob die auf die 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 ballen aus dem bereich wo er noch mähen will muss weggesammelt ganz gut hinbekommen dass wir schaden grenzen geblieben ist so alles perfekt da mal schauen wo er stehen alles glaube ich ja Das sieht ganz gut aus, bei der Rechnung ist jetzt Donnerstag. Schade, dass das alte Gras nicht auch mitschweigen tut. Das geht eigentlich logisch. Wenn man doch vielleicht erst die Außenbahn macht, dann wäre da schon gemäht. Die Außenbahn. Die Außenbahn. Die Außenbahn. Die Außenbahn. Mal kurz eingreifen. Da fahren wir zurück. VB. Gras mitnehmen noch. Jetzt fahren wir zurück und nehmen die andere Bahn. Jetzt müssen wir mal durch das Gras durchfahren. A 당f, eine Bacon. Ich habe Kuros. Dann kommt man da vorne an der Rechetti gemacht. Ja, und da geht es weiter, ne? Wir werden mal die Kehle anfäuchten. Klaus haben wir nicht da. So, hier geht es weiter. Wir müssen ja nachher die Ballen zum BGH bringen. Das war sie auf Lohn, ne? Und dann gehen wir zur nächsten Wiese und dann auch noch ansprechen. Wehen. Oder dann wäre es außen warm. Dann werden wir wieder ganz normal außen anfangen und hinten aufhören. Und gleich links herum und die Ballen hinterher sammeln. Und dann wird man hier fliegen. Mammutaufgabe. Wie gesagt, dies alles wäre nicht gewesen, wenn er außen fahren würde. Aber gut, das ist. Na hier, das Gras ist noch gut, ne? Überfahren. Weg ist es. Schaut mal ganz gut aus. Was eigentlich blöd ist, naja, wir wollen ja eh fliegen. Ansonsten wird das Gras hier in der nächsten Runde immer noch da, ne? So. Jetzt haben wir das fertig. Die Runde ist fertig. Das heißt. Waren wir mal zurück. Ne? Praktisch. Wollen wir mal schauen. Waren wir hier unten gemacht. Nicht so irgendwo. Na hausend scheren. So ist er dann, womit er anfangen? Vielleicht? Mal schauen. Ja, wir haben den fangen ja plötzlich. Dann muss vorne wieder sein. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Hey, Pulse. Wir müssen die nächste Bahn nehmen. Da liegen überall schon Ballen. Während du raus gehst, dann auf die Leckung wieder weg. Dann schauen wir gleich mal auf den Strauwagen. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Okay. Schnell hinfahren und einen Ball wegholen. Oder zwei. Komm, Gas geben. Gas, 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 Gas. So, wir müssen mal die Ballen aufsammeln. Fahren wir hier hinten dran. Gleich mit hier vorne. Und da sieht man irgendwie nach Ärger aus. Ja, geht gleich noch weiter. Super. Halli war noch arbeitsmodus gewesen. Ja, wieder eine Buhre. Na ja, dann muss man dann arbeiten. Ich würde mich älgern. And twoRIS ist etwas... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn man noch nicht ganz gekriegt, macht nix. Am nächsten Mal halt. Alle schaffen sowieso nicht. Alle. 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 Schönen Tag. Tschüss. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.